Ja, passt auf! Junusowitsch. Eto. So, das ist jetzt natürlich schon klasse, was Sie da machen. Enorm ruhig Ball sicher diszipliniert. So der letzte Drang nach vorne ist momentan... Blau. Ha ha ha! Nichts los! Der Pass! Nichts zu halten hier! Der Abschuss ist natürlich klasse, aber die Vorbereitung... Ha ha ha! So ein Schuss konntet mir werden zusammengeschissen vom Gigi. Also das könnte richtig schlimm werden. Ja, da muss der Gegner schon mal aufpassen, dass er hier nicht richtig unterliegt. Wir werden mit den Vorbereitung jetzt in der Vorbereitung in der Vorbereitung... Das ist dann schon mal überwalt.